David ist unser Spieler, David ist ganz, ganz lange im Klub, zwölf Jahre und ich glaube, Sie können sich das auch vorstellen, wir werden David kein Ultimatum setzen, wir werden da keine Spielchen spielen, sondern wir wissen alle, was wir an David haben. Wir versuchen, David zu überzeugen, würden uns selbstverständlich freuen, wenn er hier in München bleiben wird, hoffen, dass die Unterschrift auch irgendwann erfolgen wird.